Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Episode Deng an Romba. Ja, und bevor die Folge losgeht und in Clastral, möchte ich erstmal so ein bisschen erzählen, wie ich denke, wie der Mord abgelaufen ist. Ich weiß, er ist nicht so abgelaufen, aber ich möchte es trotzdem erzählen. Also, ich habe mich gestern nach der Aufnahme, ja, ich habe das gestern aufgenommen, hingesetzt und mal so ein bisschen überlegt, ein bisschen gezeichnet, aufgeschrieben, wie man hier so ein bisschen sieht. Das Bild hier, links, das hier, habe ich auf Twitter gepostet und habe gefragt, wer das kennt und ob ich richtig liege. Der gute, alllangjähriger Zuschauer hat darauf geantwortet, nein, dass ich komplett falsch liege und dass das nicht möglich ist zu lösen. Also klar, es könnte auch bedeuten, dass das hier, wie drehe ich Text in, ah, okay, alles klar. So, es kann auch sein, dass das halt so irgendwie da drüber liegt und das fährt nach oben und der Aufzug fährt eigentlich, ähm, irgendwie dann so auf die Seite und dreht sich dann. Also das geht auch, also ungefähr dieses Mapping-Prinzip würde funktionieren, dass der Aufzug sich um 180 Grad dreht, wenn er fährt. So, äh, ich weiß jetzt, das stimmt nicht, auf jeden Fall, wie ich das hier aufgezeichnet habe. Es wird aber ungefähr in der Richtung sein, ähm, und wenn es das nicht ist, dann muss es irgendein Bullshit sein. Ich hoffe, es ist kein Bullshit irgendwie so mit, oh, es ist dann auf dem Kopf oder irgendwie verschiebt sich irgendwas, weil das sollten die Charaktere gemerkt haben und es wäre so eine grundlegende Information, die man hätte mir geben müssen. Ähm, ich würde sagen, warum hat das eigentlich was mit Sakura zu tun? Ich würde sagen, es ist ein Assisted Suicide, weil eben Nekomaru aufgestanden ist und durch seine Bewegung dann den Pfeiler auf sich gehauen hat. Also, Assisted Suicide in dem Sinne. Es war ein Suicide, aber halt Assisted. Und zu der Analyse, wie es gewesen sein kann, ähm, angeblich laut Fuyo ist um 5 Uhr Nekomaru runtergegangen und um 5.30 Uhr ging dieser Wecker los und das hat übrigens Nekomaru vielleicht auch gehört und ist deswegen aufgewacht und dann fällt dieser Pillar um. So, damit auch Fuyo halt dieses Alibi hat, ähm, hat er das halt alles gemacht und so. Und wenn Nekomaru, also echt um 5 Uhr, wenn das nicht gelogen ist, wie soll der bitte in dieser halben Stunde runtergegangen sein und das alles passiert worden sein, ja? Also, sorry, das Game hat sonst für einen Schritt vom Krankenhaus zum, äh, zu diesem Venue und dann irgendwie zum Hotel und wieder zum Venue. Das soll eine halbe Stunde sein. Äh, das war richtig krass weit. Ähm, dann muss, äh, das kann man niemals menschlich geschafft haben oder das Spiel hat komplett einfach mal, ähm, das Verhältnis gesprengt. Also, ja, das möchte ich mir nur mal schon mal vorher sagen. Ähm, und, äh, das kann man ignorieren. Weil es ist eigentlich egal, wenn halt diese Türen und so halt immer gewechselt werden beziehungsweise die Türen gar nicht richtig zu dem Weg führen, dann kann man das auch ignorieren. Also, klar, alles, was gezeigt wurde, kann, also, hat, also, den Fall habe ich hiermit gelöst. Da brauche ich das Ganze mit dem Gebäude und alles nicht, ähm, lösen. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, ähm, also, klar, vermutlich kommt da irgendwas raus. Ich werde mal sagen, ob ich das legit finde oder nicht. Ähm, das wäre aber eine Lösung, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Option. Und das ist auch halt sehr verdächtig. Deswegen ist das mal eine Lösung. Mal gucken, wie viel Recht ich hatte. Äh, und, ja, viel Spaß mit der Folge. Bis denn. Ja, los geht's, Leute. Habt gerade schon mal eine krasse Analyse gehört. Ha, ha, ha. Ich würde sagen, auf ihr geht's. Also, ich sag, Fuyuhiko, also, ich hoffe, ich sage, es ist Fuyuhiko, aber ich hoffe, es ist Akane. Jetzt, Ben, das wollte ich noch gesagt haben. Ich muss mal ein paar Kakao dazu. Ich muss mal ein paar Kakao dazu. Und wähle, für wen hat es getan. Ich wollte gerade sagen, hat Mikan irgendwie was Besonderes, so mit Bandages oder sowas. Aber ja, anscheinend. Und jetzt, wenn wir auf die Kakao dazu gehen, aber wir werden auf die Kakao dazu gehen. Wer überwärts, wird sich um ein Kakao dazu behandelt. Was? Der Kakao Curry ist auf dem Menü. Ich bin nicht der Hauptstoffe, richtig? Ich bin heute hier, weil Coach Nekomaru riskiert sein Leben. Ich bin der Kakao der Kakao. Ich bin der Kakao der Kakao. Ich werde definitiv finden, wer der Kakao ist. Ich bin definitiv nicht enttäuscht von Curry, verstehst du es? Akane, du hast eine beeindruckende Menge von Drill fließt aus deinem Mund. Hey, warum können wir versuchen, über den Inzidenz zu gehen? Wir konnten nicht auf die Strahlbergehause gehen. Also, ich möchte, dass wir eine Detailung haben. Um, ich habe den Körper von Nekomaro ein wenig vor 7 Uhr. Hä? Ach so. Ich bin auf die Strahlbergehause von Monokuma-Tai-Chi und habe den Körper dort gefunden. Hajime und Chiaki waren auch mit mir. Hajime war mit Ms. Sonja und Chiaki so früh in der Morgen? Nein, sagen Sie, dass Sie drei zusammen waren, seit der letzte Nacht! Imbecile! Ich bin keine Frau mit fützlichen Legen. Uh, natürlich nicht. Du bist viel klassischer als das. Die Legen wie diese? Ich könnte wahrscheinlich die Strahlberge sehr schnell machen. Wir haben einfach nur mit uns in den ersten Garten auf der ersten Garten der Grapehaus. Das ist sehr cool. Und dann, die drei von uns herausgekommen haben, die Körper von Nekomaro. Der Körper von Nekomaro war kurzfristig. Der Körper von Nekomaro war kurzfristig. Akane hat das gehört und hat sich überrascht. Wir haben auch den Körper von Nekomaro gehört. Wir haben auch den Körper von Nekomaro gehört. Von Strahlbergehause, natürlich. Wie ich erinnere mich, von Strahlbergehause. Wir wissen, dass der Elevator von Nekomaro war, was uns in Ordnung ist. Also, wir haben uns entschieden, zu gehen zur Tauer für den Zeitpunkt, und gehen für Strahlbergehause. Aber jemand hat sogar BROKE Strahlbergehause Bedeutung. Wir können nicht nachher gehen, weil wir das. Wir denken, dass wir zumindest einen Weg finden, um einen Weg zu kommunizieren. Wir haben unsere Beobachtung auf der Lounge Telefon. Geben diese Boren-intros. Wir sprechen über den KILLER. Anyway, es ist definitiv jemand von Strahlbergehaus. Was bedeutet, definitiv? Es gibt keine Art von Strahlbergehause. Es gibt keine Art von Strahlbergehause. Also, es muss sich einer von Sie Strahlbergehause. Einer von Sie besser hurry auf und confess, oder ich werde alle von Ihnen in HALF! Du bist der KILLER hier. Jetzt, jetzt. Enough mit der Läuferste Quarrel. Wir müssen uns über das ernsthaft denken. Wir haben nicht die Luxurie zu diskutieren, die Irrelevanten Dinge zu diskutieren. Der Inziden dieser Zeitpunkt hat viele Fragen. Der Inzidenz nicht an, Ich habe auch viele Fragen. Dann, wir beginnen mit etwas, das sogar Miss Sonja kann verstehen. Die Weapon. Na, die Weapon ist klar, nicht wahr? Na, die Weapon ist klar, nicht wahr? Na, die Weapon? Die Weapon! Du kannst total herausfinden, einfach mal sehen. Ich kann sagen, dass die Weapon, einfach mal schauen, es würde nicht so viel mystery sein, wenn das wahrgenommen wäre. Die einzige Sache, in der Krimessene, das sah wie ein Weapon, war wohl nicht der Hammer. Ähm... Ich glaube, wir sollten die Weapon erst herausfinden. Die Weapon war gerade da, in der Szene des Krieges. Hä? Okay, das geht... Nein! Der Hammer! Der Krimessene hat diesen Hammer ... und er verbringt die Scheiße aus ihm! Nein? Wenn es nicht erwartet war, wäre das möglich. Das ist richtig! Es war eine Überraschung! Die Weapon ist entscheidend! Nein! Der Hammer! Nein! Der Krimessene hat diesen Hammer ... und er verbringt die Scheiße aus ihm! Nein! Das ist falsch! Das ist falsch! Ich kann nicht aufnehmen, dass dieser Hammer war die Weapon von Ich weiß, dass es ein Verbrauch ist. Obviamente, um den Hammer zu sehen, als ob es nicht die Mörder ist. Dann warum nicht die Mörder zu spüren? Wenn sie nicht die Mörder zu sehen, würden sie die Mörder verlassen haben. Du bist sehr beeindruckend, Baby Gangster. Baby Gangster? Ich? Sobald ihr alle wissen, ich versuche euch zu testen. Ich dachte, vielleicht habt ihr die Mörder für die Mörder oder so. Es erscheint, es war eine Beste Zeit. Dann, was wurde die echte Mörder, um den Nekomaru zu spüren? Das ist das Problem. Es gab noch nichts anderes in der Verbrechslung, das wie eine potenzielle Mörder. Dann... Wie soll es mich aus einem anderen Angeln schauen? Wenn es keine Öl hat, ist es nicht die Mörder. Also, was, was Öl hat, muss die Mörder sein. Es ist so fucking stupid, wenn man eigentlich schon weiß, was gemeint ist und die erst mal fünf minuten darüber diskutieren 100% of our brain it's no use it's barely budging didn't i tell you so he lifted the floor and then what did he use it to beat himself but it does bother me a little that word suicide by the way the fourth murder of the killing school life was apparently ruled as suicide now that shouldn't matter there's no way nikomaru it's gonna be cool aside if it's not the pillar then there's no other weapon we can think of there may be a way to use the pillar as a weapon without lifting it for reals yes for reals i see so my gut was right after all it's up to you sonya prove that pillar was the murder oder hat sich nikomaru echt umgebracht damit andere entkommen können hm das kann natürlich auch sein yes yes yeah considering the pillars weight yeah it probably exerted a ton of force yeah sonya you go girl i'm getting hella excited the glamour that nikomaru taking over that pillar is that really it there's no need to lift that pillar if the pillar was not lifted beating him with it is beyond a dream what about tipping the pillar over they aimed right for his head in bullseye even i could probably tip it over considering the pillars weight probably observed a ton of force sonya you go hehehe i'm getting hella excited weil die fragments auf dem boden unter ihm lagen there's no need to lift that pillar if the pillar was not lifted beating him with it is beyond a dream what about tipping the pillar over no that's wrong if nekomaru was crushed by the pillar then there should have been fragments on top of his body huh fragments the pillar fragments were scattered beneath nekomaru's body but there weren't any on top of his body if the pillar had been tipped over and crushed him the fragments should have been on top of his body instead i briefly considered that too but it's probably not what happened i see that was entirely my bad if they didn't tip it over then how did the killer murder nekomaru with that pillar how much longer are you gonna focus on the pillar just let it go already there's no way i can let it go i'm positive that nekomaru was killed by that pillar why are you so certain about that i just have a feeling a feeling huh that's just your instincts but we can't say for sure that that instinct is wrong can we there's another way to use that pillar to kill you guys just haven't noticed it is that true then i shall ask you what way is that you guys same as usual you're unable to clear a path to the future with your own powers so you just stand there and falter what a waste of talent and you all intend to fight the future foundation you make me laugh what did you say regardless it's not like i want to die with the rest of you so i guess i should lend a hand hey nagito what the hell happened to you how come you're not talking like a lunatic anymore i've learned a valuable lesson ignorance is by far the greatest shame huh what do you mean who cares just tell us how the pillar was used to kill well first of all the pillar itself is not enough but when combined with a specific item there's a way it could be possible a specific item of course the ultimate weapon the ultimate weapon isn't that the thing you get when you clear the final dead room so nagito knows what the ultimate weapon is knowledge of course i know but i'm pretty sure everyone else has seen it you know we've seen it that's right you've seen it clearly because i the one who has claimed dominion over even and the ultimate weapon i am he who cuts the insolent catalyst which flows out from the chaos with the sword of victory it's only fitting that i deserve to be called the ultimate weapon no you are far greater than the ultimate weapon since you wield your four dark devils of destruction i see i don't know why but i'm not liking this cut the bullshit and say it clearly what is the ultimate weapon in order to clarify that we first need to solve the secret of the fun house huh the secret of the fun house you still don't realize it jeez get it together you're supposed to be the symbols of hope aren't you ah i forgot except for hajime of course except for hajime oof if we make it out of this i'll explain it to you guys anyway we must first clarify the secret of the fun house right then i think it must have something to do with the structure of the fun house then it is false the graveyard house leads to strawberry tower and grape house leads to the grape tower but in actuality they are both the same building and both houses are linked to the central tower it is undeniable that such a sweet building structure is the secret of the fun house man not only does that make perfect sense but miss sonya's beautiful voice is just so sweet Faux sho, I shall leave this matter to your discretion. Two houses are connected to the tower in the middle. I thought at first two I ended up finding proof that completely contradicts that. Yes! Strange feeling in tower. In truth, Strawberry Tower and Grape Tower are actually the exact same place. Nein! So that's the secret of the front house. Is that new yet? It's weird to say they're both the same place. I mean, the walls are different colors. And the designs on the floor are also different. We've already settled this problem. Give it ten years before you argue with Miss Sonya. This whole time I've been thinking that two towers are the same building, but... If that was only one mis- Uh, the only mystery, there's no way Nagito would mention it here. In truth, Strawberry Tower and Grape Tower are actually the exact same place. No, that's wrong! What are those towers? Are they really the same place? Wh- Why are you asking that now? Do you harbor a grudge because my kingdom destroyed your homeland? Hajime, I won't tolerate any sort of rebellion. I mean, doesn't it seem strange? When we went to Great Tower from Grape Hall, Nekomaro's body was in front of the door to Strawberry Hall. But when we went to Strawberry Tower from Strawberry Hall, his body was in front of the door to Grape Hall. It's probably some kind of trick, like the floor rotating 180 degrees or something. If it is, then see? That means it could have passed as the exact same place, right? If so, then what? Do you seriously think such a simple answer is the correct answer? Does that mean he's wrong? Oops, I guess I've said too much. If the floor didn't rotate, then that means we need to think about the structure of the building. Bow down! Then how about this? Somebody moved Nekomaro's body. Well, we were moving from Grape Tower to Strawberry Tower, but we should have all been together during that time. Even if we tried to move the body inside the tower... Then Monokuma did it! While we were moving, Monokuma quickly moved things around. But Nekomaro's body wasn't the only thing moved. Have you seen the broken pillar was moved too? If it is too heavy to carry, let them roll it. Just like if there is no bread, let them eat cake. There are many different ways. The body and the pillar could have been moved. The pillar could have been rolled. And Nekomaro could have been moved piece by piece. I decree you what Monokuma is doing. I decree you what Monokuma is doing. Ich kann ihn nicht Muss ich das jetzt perfekt hinbekommen? Lol Es wird sogar schwer für Monokuma, nicht wahr? Es scheint, dass du vergessen hast Monokuma ist sehr stark Wieldst du den Führer der RoboBear Der Pillar, der Körper, alles in der Verbrechung Okay Es scheint, dass du vergessen hast Monokuma ist sehr stark Wieldst du den Führer der RoboBear Der Pillar, der Körper, alles in der Verbrechung In der Verbrechung? Er könnte es einfach schnell verbrechen Toll Okay Monokuma ist sehr stark Wieldst du den Führer der RoboBear Wieldst du den Führer der Verbrechung? Wieldst du den Körper, alles in der Verbrechung? Okay, irgendwas hat den... Monokuma ist sehr stark Das Oil? Wieldst du den Körper des Pillar, das Körper, alles in der Verbrechung Ja, okay, das Oil kann ja schnell nochmal dahin hauen Ja, aber Wieldst du den Körper und das Pillar, ist möglich Aber es wäre unmöglich, das Oil auf dem Boden verbrechen Wieldst du den Boden verbrechen? 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 Das ist einfach nicht möglich Wieldst du den Boden verbrechen? Wieldst du den Boden verbrechen? Wieldst du den Boden verbrechen? Ja, das E-Handbook war noch immer drin Das ist, warum wir die zwei Towers waren das gleiche Haus Wieldst du den Boden verbrechen? Wenn sie nicht das gleiche bilde, oder zwei verschiedene Bilde dann was sie? Hmmmm... Hmmmm... Dieses, ja okay, dann muss ich mal langsam einschreiten, ist irgendwie so, auf der Arbeit, wenn keiner eine Ahnung hat, was man machen soll. Determine? Is he talking about the traitor? If so, why did Nagito say that all of a sudden, did something happen to him? The reason I'm the only one who knows it, is because I was the only one who performed the appropriate action. He performed the appropriate action in order to learn, um... I see! You're talking about the final dead room, right? You cleared the life-threatening game there and found something, didn't you? That's right! The hint is what I saw after I cleared it. Das Fenster. In the depths of the final dead room, there was a hidden room surrounded by concrete. And there, a small conspicuous window waited, all by itself. From that window, I saw some very strange scenery. Strange scenery? Instead of explaining it, it might be faster just to show you. At an opportune time, I found a perfect camera in the final dead room. You took a picture? Yep. Nagito grinned creepily, as he retrieved the small digital camera from his inner pocket. See? This is it. And as he said that, he shot us a peculiar picture. Let me explain it to you again. I took this picture on the first floor of Strawberry House. From the secret room within the final dead room. But, don't you think it's weird? If the funhouse's structure is what you guys have been thinking, then there's lots of things that don't make sense in this picture, right? Lots of things that shouldn't make sense in this picture. And let's begin. Shall I call it... Thinking time? What does... What doesn't make sense in this picture? If the structure of the funhouse is what we thought it was... Grape House and Strawberry House should link to the tower in the middle, which means... You're viewing the tower from Strawberry House, then you should see Grape House behind you. But in this photo, I don't see anything behind the tower. I don't see anything behind you. I see. And is that it? Nagito said there's a lot of things, that don't make sense in this photo, which means... There are other contradictions contained in it. Hey, was soll jetzt hier bitte noch irgendwie komisch sein? Der Wald, oder was? You said this photo was taken from the hidden room inside the final dead room, right? If that's the case, then that means it should have been taken from the first floor of Strawberry House. Yeah, it should have been. And this is definitely strange. This photo doesn't look like it was taken from the first floor. The angle suggests it was taken from higher up. Yeah, vielleicht offiziell first floor. Yeah, that's right. Good call. In summary, this is the truth contained in this photo. The first floor of Strawberry House is located in a high area. And Grape House is not behind the tower. It's not. Are you saying that Grape House is merely an illusion spell cast by Monokumas cursed eye? From this point on, do your own thinking. Now that you've finally met the same requirements as me. If you guys are truly symbols of hope, you can easily solve a simple mystery like this. It might be possible for Hajime to solve it too. Hajime, tell her! He's just a normal high school student. Despite the fact that you don't have a real talent, you already know about the other clue. The other clue? Is he talking about that one time? Why, hello there, Hajime. General Kenobi Nagitsu. Where you are? Because I showed up. How did you even come here? Maybe I teleported. You're referring to when you suddenly appeared on the second floor of Grape House, right? I'm asking you just to be safe. At the time, where do you think I came from? The top floor, right? Such sharp eyes. So you realized it already? Top floor. So the third floor? But the Monokuma Archive should be the only room on the third floor of Grape House. What does it mean? What was that thing? Just another hint to figure out the mystery. Die können auch overlapped sein, ne? Das geht auch. The reason I get to appear on the third floor. Use the photo he took. Also bevor man denkt. Ähm. Also ich hab auch. Das Problem ist, man kann das nicht in 3D auf dem 2D-2D-Pane zeigen. Aber man kann ja dann drauflegen, wie man möchte. Using the photo he took, you might be able to find the answer. Da war ja auch diese Klappe. Ähm. Okay. Musst du nochmal kurz Steuerung kennenlernen. Ähm. Sollen wir hier am Auge kratzen. Oh, lol. Das war ja uff. Spawn Camper. Uh. Ja, beide existieren, ja. Erstmal ne Frage, um komplett zu verwirren. Loll, den Prank hab ich jetzt schon durchschaut. Uff. Oh, lol. Ich dachte, jetzt kommt die nächste Frage. Hast Schrauberhausen und Grapehausen the same building or two different buildings? Vermutlich wollen die damit sagen, dass sie das gleiche sind. Aber, was ist ein Building? Also, komische Frage, aber das ist eigentlich mega wichtig. Was ist eigentlich ein Building, ja? Wenn die zusammenhängen, ja, ist das dann... Zählt das? How are Strawberryhouse and Grapehouse positioned with each other? Ja, die wollen jetzt sagen, vertically. Bisschen nichts Neues gelernt. Aber das ändert nichts am Mord. Das ändert nichts am Mord. Wie er sehe. Wir sind alle zusammengekommen. Entstanden. Ich weiß das Geheimnis des Spaßhausen. Dann lass mich es hören. Welchen Antworten würdest du dir geben, ich frage mich? In der Bildung, die Nagito aus dem Schrauberhausen nahm, ich habe überhaupt nicht Grapehausen gesehen. Also, wo ging Grapehausen? Es gab nur eine Möglichkeit. Es war in einer Position, in der es aus dem Schrauberhausen nicht von Schrauberhausen sehen konnte. Das heißt, die Grapehausen und Grapehausen sind in der gleichen Gebäude, aber auf unterschiedlichen Gebäude. Die gleichen Gebäude, auf unterschiedlichen Gebäude? Dann, die zwei Gebäude sind nicht zwei, drei-story Gebäude, sondern sie sind eigentlich ein, sechs-story Gebäude? Wenn du dich so an, wie das ist, ist es klar, wo die Grapehausen befindet. Ähm... Hä? Ah, lol, ja. Einfach mal komplett mixt ab, obwohl ich es nicht so kenne. Genau! Strawberry House ist es on top of Grapehaus. Weil... Ich habe an diese, ähm, Klappe gedacht, weil die Klappe geht natürlich nach unten. Da muss ja Strawberry House sein. Hä, habe ich das wieder... Äh, ich habe es komplett mixt ab. Weil das, die Fotos, die von dem ersten Gebäude des Strawberry House, war auf einem hohen Angeln. Allgemein. Das bedeutet, dass das erste Gebäude des Strawberry House ist auch das vierte Gebäude über Grapehausen. Genau. Weil er ist ja in ein Grapehaus reingekommen. Oh, snap! Ich habe nie erwartet, dass die zwei Hände vertikamente verbunden sind. Oh, richtig dumm. Aber was ist denn mit dem Form des Gebäudes? Die zwei Hände waren komplett verschiedene Formen. Ähm... Strawberry House ist vierseitig. Und Grape House ist sechsseitig. Rape? Es ist niemals zu uns, dass sie das gleiche Gebäude waren, weil es war strukturiert mit zwei unterschiedlichen Formen. Ein Quadrilateral und ein Hexagon. Ein Quadrilateral und ein Quadrilateral und ein paar Einfluss, um sich zu verabschieden, wie wir sie erleben. Und es war, nicht? Es war, nicht? Disregarding die Tower, wir verletzend, dass die zwei Hände waren zwei verschiedene, distincte Gebäude. In order to conceal the unique design of the Fun House, Monokuma put us to sleep so he couldn't look at the outside of the building when he brought us to it. You've just been kuma'd! Don't you think a building full of so many surprises totally deserves to be called a Fun House? Then, it's true? The building was really like that? That's right! Those two houses exist on different floors in the same building! You're expecting a building like that on your own without my knowledge? How horrible! Then what about the towers? Are they arranged vertically, just like the houses? Yeah, Strawberry Tower and Grape Tower should have also been different floors inside the same building. Just like Strawberry House was on top of Grape House, Strawberry Tower was also on top of Grape Tower. However, if there are different floors within the same building, why was Nekumaru's body in both places? Aww, your precious yammies don't know? Alrighty then, I'll be the one who solved this mystery in a flash. Oh, I see. Do whatever you like! Oh, definitely make her watch me! I'm gonna stand out till she notices me! I'll be the one who solved this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! I'll be the one who solved this mystery in one of the towers! Was actually a dummy! Nein! You mean a fake body? Nekumaru died with a mechanical body. It should be possible to construct a dummy from spare parts. You're a magnificent Gundam! No fair, you totally stole my spotlight! So which one was a fake body? Shut up, just pick one of them! A dummy of Nekumaru existed? Does that mean the killer prepared it in the advanced? But it's something like that even possible. I'll be the one who solved this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! I'll be the one who solved this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! Ja, was wollt ihr jetzt sagen? I'll be the one who solved this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! Okay, sehr gut! I'll be the one who solved this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! Habe ich das nicht schon geschossen? Ich weiß es nicht. Ähm... Time to solve this mystery in a flash! Hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! was actually a dummy! Oh, yeah! I'll solve this mystery in a flash! And hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! Okay, das ist es nicht. Ich weiß gar nicht, was die ursprüngliche Frage ist. Ich will das mystery in a flash! Und hurry up, dumbass! One of the bodies in one of the towers was actually a dummy! Ach so... War die ursprüngliche Frage, ähm... wie... die bewegt wurden. Nekomaro's body wasn't a dummy. That can be proven by Kazuichi's account. Me? Remember? When we moved from Grape Tower to Strawberry Tower, we thought the body had moved. And that's when you said... Not just that, the parts that I carefully arrange when they assemble the body all move too. Right up until that moment, you were disassembling Nekomaro's body at Grape Tower, right? The killer couldn't have known how you'd take apart his body, so they couldn't have built a dummy. Ah, okay. The first of the Kazuichi was the one who built the dummy, then it would be a different story. Haha! Miss Sonya, that's a pretty harsh joke. You are joking! Right? It's alright. Kazuichi is not the killer. If he was, he wouldn't have fixed the elevator or the button in Strawberry Hall. Mmmmmmmmmmmmmmm. It'd be much more convenient for the killer if it stayed broken. I see. That is disappointing. Ich bin noch mehr entschuldigt. Aber selbst wenn Nekomaru's Körper nicht ein Dummy war, ist es sinnvoll, wenn wir nicht die wichtige Antworten haben. Der Grund, warum Nekomaru's Körper in beiden Towers war. Selbst wenn es an verschiedenen Flüssen war. Vielleicht war es in Unmove? Ein Körper mit verschiedenen Flüssen? Du kannst nicht so denken, wie ein Gerät wie das? Ein Gerät, der Dinge zu verschiedenen Flüssen in der gleichen Geburt? Mann, Alter! Oh, weh, ich muss jetzt. Oh nein, das war so klar. Elevator, kann ich das irgendwie skippen? Elevator. Oh, das wollte ich nicht. Das L behalte ich mal. Elevator. Okay, dann nutze ich das nicht. Elevator. Wird das mit A geschrieben? Nein, wird es nicht. Hahaha. Ich war mir unsicher. Elevator. Oh. Oh. No. Oh. Du musst über einen Elevator sprechen. Was? Du sagst, dass Nekomarus Körper transportiert wurde durch einen Elevator? Wo ist denn dieser Elevator? Es ist die Tower selbst. Innerhalb der Tower ist ein großer Elevator. Das bedeutet, dass die Tower gebaut wurde, damit die ganze Runde hoch und runter geht. Also, ob du von Strawberry Hall oder Grape Hall entdeckst, führt das alles zu dem gleichen Rund, richtig? Das ist, warum wir nur von einem Seite oder dem anderen fahren können. Ja, aber wie ich bei dem Bild schon erklärt habe, es ändert erstmal nichts. Ich verstehe. Wir waren in der Grunde für die Runde zu kommen, wie ein Elevator. Bitte, warte. Wenn die gesamte Tower entdeckte und entdeckte wie ein Elevator... Oh mein Gott! Moment! Moment! Was ist... Wenn... Wenn... Der... Das Rums, was wenn ich... Äh, was ist, wenn... Nekomaru mit dem... Oh mein Gott! Ähm, was ist, wenn Nekomaru am Dornob festgemacht wurde... Und... Mit dem Seil... Und dann, als der Aufzug runter geschickt... Und dann wurde der Aufzug runter geschickt... Und der Dornob fiel dann irgendwann ab... Und dann ist der runtergefallen auf dem Pillar drauf... Und das hat ihn letztendlich umgebracht... Also nicht, ähm... Der Pillar hat ihn gekillt, sondern der Sturz aus der Höhe... Drei Stockwerke ist schon was... Wenn man Kopf überunter fällt, auf klar... Wenn man ein Wetter stimmst auf der Grem 오후... Wenn du da spielst du da schweigst... Wenn du da schweigst bist, dann hast du이�аны... ... Alliance muss weg und auf wie ein Elevator... Dann gibt es keine sämre... ... wenn du da schweigst wirst... ...und vom Tast hinüber... Und wenn du da schweigst... Deswegen, nach dem incredible Verbrecht... ... die Schweigst hast du da schweigst und den Schweigst gefilten... Und wenn du da schweigst... In der Strawberry Tower, die Chains sind weg. Nicht nur so, aber wenn ich es richtig erinnere mich, hat sogar die Tür gebrochen. Es gibt zu viele Dinge strange. War die Tower wirklich ein Elevator? Wenn du Leute und Dinge sehen, fokussierst du auf die gute Sachen, statt die schlechte. Was hast du gesagt? Also, legen wir was geändert, und fokussieren unsere Atenung auf was nicht. Why do we have to do that? It's fine. Come on, what does everything that hasn't changed have in common? The things that didn't change when we moved between the two towers. That includes the body, the pillar and the oil, we have been talking about that stuff for a while now. There should be anything strange about them, not even the fact that they all moved with the elevator. The one thing they all have in common. I see! Is it safe to say that all the items on the floor didn't change? And? And? Why did the picture on the far back door change? If you can figure that out, you'll have the answer. The reason is because that elevator has something unique about it. Something unique. Something unique. Ach so, nein. Soll ich das nicht rüllen. The elevator was designed so that only the floor moved. Only the floor moved? Yes. That's why we saw different doors in each tower. Which means on the first floor of Great Tower, the door on the far back wall had a strawberry design. And on the fourth floor, which was Strawberry Tower, a different door on the far back wall had a great design. Then, where did the different floors lead? I want to say they lead outside, but they're probably just for show. Why was something like that necessary? So we possibly believed that the doors were connected to where their pictures signified. It was actually very effective. Because of that, we totally misunderstood the building structure. I don't understand. But I guess it means whoever designed this building had a totally twisted personality. Did you hear that, Monami? Don't blame this on me. Take responsibility for yourself. Then I'll take responsibility and gently caress you. Like, there's no way that's gonna happen. Stop with the tasteless jokes. By the way, what does the chain on the far back door in Great Tower mean? It was probably wrapped there by the killer to keep us as far from Strawberry Tower as possible. Why? Because of that chain. You guys thought you couldn't enter there, right? Like you said, I could probably use these parts to repair that button, but seriously, hold on. Even if you do repair the button, what's going to happen to the chain on the other side of the door? Chain? The door that leads to Strawberry Hall has a chain wrapped around the doorknob. Even if you fix the button on the Strawberry Hall side, the door won't open, as long as the chain is there. You don't need to reward that at all, huh? The killer destroyed the Strawberry Hall button, so we'd stay away from Strawberry Tower. Everything was done to tamper with the evidence, so we wouldn't find out about the secret of the funhouse. Dann hätte er aber die chain einfach nicht platzieren dürfen. The appearance of a body in the tower would contradict what we thought and knew about the building. In that situation, if we had gone to Strawberry Tower, we'd have seen that contradiction firsthand. And using that as a clue, we might have discovered the truth. The truth that the two houses and the two towers are actually one complete vertical building. Gravity! Hold on. You're progressing much too quickly. There's still a contradiction concerning the building structure. What a pain. It's fine already. Gundam? You said earlier that Strawberry House and Grape House are connected vertically. If so, how does the contact elevator supposedly transport us from one house to the other? Oh, vielleicht nicht so, wie ich das Bild gezeichnet habe. If that elevator moves vertically, then, when your back is facing the elevator, both towers should be on the same side, but this is vertically and horizontal. You see, the door opens the door opens the door opens the door open. Insidealam Gratsohaus. Gratso hall is an ... Oh, der bleibt raus. Inside Strawberry House. Was bedeutet, die Alpantony fehlt V. Was bedeutet das Z. oh leute he, vor allen Dingen Alp, alter bis jetzt war das alles ziemlich easy what the freak, seid ihr alle pepega, keine ahnung ja, gebt mir endlich den Kompass hier als Vorschlag Akane, nee ja ja das stimmt so Gunnar und Sonja haben eine Matching Argument und es klingt, wie es Sinn macht, aber ist das wirklich korrekt? das stimmt ich möchte sagen ja, wow wie, wie kann ich das denen jetzt sagen, was ich da aufgemalt habe? oh, oh, oh ja, ja, komm oh, I will never give oh, despair sucks hope rules oh, destroyed so, wie zeige ich denen das jetzt ähm ist das Katsuichi? ach so das, was Katsuichi gesagt hat mit, äh Katsuichis Account ist, ähm das mit dem Kompass okay ja, das ist richtig oh, ist das nicht schön oder Gundam dann eben falsch oh, dann ist ja so schön, dass ich jetzt mit seinem Argument Gundam mache aber es ist auch vertikal gelaufen aber es ist auch vertikal gelaufen das habe ich geschrieben mit diesem Pfeil das habe ich geschrieben mit diesem Pfeil so we're done with the secret of the funhouse right then let's start talking about the important stuff what's the ultimate weapon that killed nekomaru himself and how'd they combine it with the pillar huh you still don't know what the ultimate weapon is yet it's what i found at the octagon you know what is the octagon i haven't heard about that yet oh my god i can't believe i have to explain that now as long as you know what an octagon means you can solve this simple mystery easily the place benefiting in the name octagon this is probably was was the octagon ich hab jetzt hier drunter gedacht ich hab nicht so gehört deswegen wusste ich nicht was damit gemeint ich hab nicht so gehört deswegen wusste ich nicht was damit gemeint einfach weil ich dachte ich klicke da jetzt drauf weil okay if you cut a four sided shape out of a six sided one you get eight edges is the funhouse which means the killer used the building structure as their weapon and killed nekomaru yeah i had my good drop no the killer probably realized the secret of the funhouse from the scenery and then thought of a way kill making use of the building structure the funhouse itself is the weapon so they killed using the building structure that's why the killer tried to keep us from learning the mystery of the building but more importantly using the building itself as a weapon the funhouse is the true identity of the ultimate weapon what does this mean how did the killer used to murder nikomaru and who is the killer who did that mhm Leute wenn es euch gefallen hat ich sage immer noch es ist Fuyuhiko äh ja es ist immer noch Fuyuhiko eine halbe stunde ne zählt nicht Fuyuhiko hat gelogen muss sein aber bis jetzt hatte ich recht bis auf die Mörderwaffe dass das umgezippt wurde ähm aber es ändert nichts daran dass es halt zeitlich einfach nicht passt die Aussage von Fuyuhiko dass das in einer halben stunde passiert ist oder das game hat einfach komplett was das zeitliche angeht verkackt in diesem Ende aber ganz schön ganz herzlich fürs zu sehen ich bin jetzt noch ähm zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Episode bis dann Möhm Tschauuuu Möhm